Und dann Moinsen zum Review-Podcast zum Auswärtsspiel in Dresden. So wie ja auch zeitgleich der Preview-Podcast zum Spiel gegen Osnabrück am Sonntag. Wo es natürlich auch wieder einen Stream geben wird von mir. Und ja, es war in Dresden keine besondere Leistung. Nicht im Ansatz, es ist irgendwie eine besonders tolle Leistung, aber Job erledigt. Pflichtsieg, Auswärtssieg, ohne Gegentor. Ließ sich eigentlich alles in Ordnung. War wie gesagt wirklich insgesamt ein relativ spannungsloses Spiel. Weil keine riesen Chancen auf beiden Seiten da waren. Bis auf die Tore. Dresden hat es auch echt nicht schlecht gemacht. Dafür sie jetzt eine Pause hatten, auf Platz 18 stehen. Und zwar denen echt nicht gut aussieht. Haben die sich da echt gut gewehrt. Hatten auch echt ein paar, keine richtigen Chancen. Aber hatten ein paar scharfe Bälle rein und so was zum Beispiel. Wo du eigentlich als VfB-Fan auch schon denken konntest. Okay, irgendwann fängst du dir das 1-1, wenn du es so weitermachst. Aber dann haben wir das Glück auf unserer Seite gehabt. Und noch kurz vor Schluss. 88, der Kulinov den letzten Stoß noch verpasst. Am Anfang Al-Ghadoui. Nach 80 Minuten gehst du auch schon in Führung mit der ersten. Sag mal richtigen Chance. Oder mit dem ersten richtig gescheiten Angriff nach vorne. Also lief positiv für uns. Wir konnten aufs HSV-Spiel aufbauen. Vielleicht nicht von der Leistung her. Aber rein vom Ergebnis und davon seine Pflicht zu erfüllen, wenn du aufsteigen willst. Das haben wir getan. Stimmen zum Spiel sind auch relativ leicht abgehakt. Alle in einer ähnlichen Meinung. Sag jetzt mal. Hat auch Matrazo gesagt. Das ist ein dreckiger Sieg. Über den man sich aber freut natürlich. Weil man einfach am Anfang gut reingeschaltet ist. Macht direkt das 1-0. Danach haben wir das Spiel mehr oder minder sauber runtergespielt. Kurz zu Schluss noch das 2-0 draufgesetzt. Um nichts mehr anbrennen zu lassen. Und auch so hat es gewonnen. Klar ist auch englische Woche gewesen. Bestimmt auch gut Fitnesszustand eingebüßt. Nach dem HSV-Spiel in allem. Mit solchen Leistungen solltest du nicht weitermachen. Weil Dresden kannst du auch höher abschießen. In der Situation. Ich glaube selbst Anuva hat gerade 3-0 gewonnen. Oder sowas vor ein paar Tagen gegen die. Also es ist eigentlich an sich mehr drin gewesen noch. Auch für Tordifferenzen und sowas. Aber du gewinnst auswärts. Nach dem HSV-Spiel kriegst kein Gegentor. Tabellarisch bleibt alles gleich. Weil HSV und Heidenheim auch gewonnen haben. War ja auch beides zeitgleich. Heidenheim hat sich gar keine Böse gegeben. 3-0 gegen Aue. Und der HSV. Ja. Habs Spiel nicht gesehen. Aber ein 3-2 gegen Wiesbaden ließ sich jetzt nicht so geil. Aber zumindest haben sie gegen Wiesbaden gewonnen. Das haben wir nicht geschafft in der kompletten Saison. Auch ihren Job erledigt. Bleibt also weiter dabei entstanden, dass Bielefeld 56 Punkte hat. Und auch noch ein Spiel Rückstand. Oder ein Spiel noch nachholen muss gegen Dresden. Also die sind komplett durch eigentlich. Wir haben 51 Punkte. Der HSV 49 Punkte. Der HSV hat 6 Tore besser. Und dann kommt Heidenheim auf den 4. Platz mit 48 Punkten. Denn die sind normal 5 Tore schlechter als wir. Wenn man es so formulieren kann. Und dann kommt Darmstadt mit 43 Punkten auf Platz 5. Also es wird sich schon relativ sicher da unter Heidenheim, Hamburg und uns ausmachen. Wer jetzt 2, 3 und 4 platziert am Ende. Oder einnimmt. Welchen Platz man einnimmt am Ende. Ja. Noch zur Aufstellung. Gut. War eigentlich mehr oder minder zu erwarten, dass so gespielt wird. Kempf kam zurück. Mola kam weiterhin im Team. Der macht seinen Job echt nicht schlecht auf Linksverteidigerposition. Vor allem in seinem Alter. Castro ist reingerückt. Förster drin geblieben. Weil die da wieder angeschlagen war und gar nicht im Kader. Auch wieder Massimo gar nicht im Kader. Er hat da scheinbar wirklich den Schutz genommen. Jetzt quasi. Er hat ihm kurz eine Pause gegeben. Wegen den 2 Toren. Mit dem, keine Ahnung, psychischen Effekt. Keine Ahnung, ob es da einen Shitstorm gab. Eigentlich nicht. Aber um ihn quasi so ein bisschen zu schützen. Von González Algaidui vorne drin. González eben mit einer der konstantesten in den letzten Wochen, fand ich. Ansonsten Endo auch wieder stark. Koppel macht seinen Job im Tor auch gut. Wer ist schön, wenn wir ihn halten können. Kamen jetzt Gerüchte auf, dass da jetzt Berlin dran ist und Schalke dran ist und sowas. Wir haben ja scheinbar eine Klausel für den Jungen, wenn er aufsteigt. Oder irgendwie ist auf jeden Fall eine Klausel vorhanden, die natürlich nur interessant ist, wenn wir wirklich aufsteigen und Erstigerfußball spielen. Weil Hoffenheim scheinbar mit Baumann weiterplant. Das heißt, der wird vermutlich doch einen anderen Klub suchen. Da wird sich die ersten nochmal zwei hinter denen setzen auf die Bank. Und irgendwie ist, glaube ich, noch im aktuellen Vertrag eine Klausel von 5 Millionen drin. Und da muss man gucken, ob der denn irgendwie dann verlängert, damit Hoffenheim mehr Kohle bekommt. Keine Ahnung. Aber es wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Sollte man aufsteigen, den zu halten, weil der hat auf jeden Fall Bundesliga-Niveau. Ja, gehen wir zum Osnabrück-Spiel. Statistik hilft da auch wieder nichts, weil wir da jetzt bei Osnabrück verloren haben. Auch so ein Spiel, wo wir gefühlt 1000 Chancen hatten unter Walter. Aber einfach kein Tor gemacht haben. Der Vorlauf war jetzt in Spiele 1982 und 1952 gegen die. Also das ist... Kannst du einen Dicken drauf geben. Aus Osnabrück kann man zumindest mal gucken, wie die letzten Spiele abgeschnitten haben. Haben in Regensburg Unentschieden gespielt gegen Fürth geworden, auswärts sogar. In der Nürnberg verloren. Unentschieden gegen Bielefeld. Gegen Wiesbaden voll auf die Fresse bekommen. Und gegen Pauli verloren. Aue Unentschieden. Und weiter zurück müssen wir jetzt eigentlich nicht gehen. Ähm... Also ja... Ne... Tabellarisch sind die auf 14. Sind tatsächlich noch in Gefahr, da unten noch in Abstiegskampf richtig reinzurutschen. Noch vier Punkte auf den 16. Sechs Punkte auf den 17. Also... Bei denen läuft es gerade nicht so optimal. Bei uns liest sich das jetzt schon mehr oder minder in Ordnung. Ähm... Kommt seit der... Seit Corona wieder quasi... Seit der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Niederlage gegen Wiesbaden. Niederlage gegen Kiel. Dann halt Sieg HSV. Und Sieg gegen Dresden. Ähm... Also... Ne... Das sage ich jedes Mal aufs Neue. Weil es jedes Mal aufs Neue zutrifft. Aber du musst den Spaß halt gewinnen. Fertig aus. Spiel ist zu Hause. Klar... Falls kein... Kein Fan-Effekt oder sowas. Oder kein Fan-Plus dadurch. Oder Heimstärke durch Fans oder so. Aber... Ist halt einfach so. Äh... Dass es auch gegen HSV angehalten hat. Die Heimserie. Und du musst einfach dann gegen Osnabrück gewinnen. Ganz... Ganz klares Thema. Ganz klares Thema. Ähm... Muss noch den Artikel raussuchen. Zu den... Gerüchten rund um Kobel. Ähm... Damit ich den euch auch noch verlinke. Weil ich glaube ich gerade... Freestyle-mäßig rausgeholt. Ähm... Sonst noch... Wird Gomez vermutlich nach der Saison bei uns nicht weitermachen. Das ist ja glaube ich auch nichts... Großartig Neues. Würde ich sagen. Ähm... Ja. Mal gucken ob es den dann irgendwie in die USA zieht. Oder... Ob er irgendwo noch Fußball weiterspielt. Aber ich glaube er wird bei uns einfach die Aufgabe quasi erledigen. Und... Äh... Den Abstieg wieder reparieren quasi. Und wieder aufsteigen mit uns. Und dann bei uns quasi aufhören. Ob er dann noch weiterkickt. Wer weiß. Das ist aber auch einer den man sich sehr gut vorstellen kann. Dass der bei uns irgendwann später nochmal einen Posten einnimmt. Keine Ahnung wo. Nachwuchs ist immer das erste was ihm direkt einfällt. Ähm... Ja. Absolute... Legende. Ganz einfach. Hat eine richtig geile Karriere hingelegt. Geiler Typ. Schon immer. Also rein persönlich. Schon immer geiler Typ. Ähm... Ja. Mal gucken wie es mit dem dann weitergeht nach dem Saisonende. Und wenn wir schon bei dem Thema sind. Kann ich auch sagen. Wenn wir jetzt aufsteigen. Hoffentlich. Ich würde dann schon dadurch bedenken natürlich, dass man nicht im Stadion ist und keinen Platzsturm und sowas hat. Das bei mir safe nicht so in die Euphorie münden wie damals 2017 als wir aufgestiegen sind. Da war dann nämlich natürlich geil. War es im Stadion. Äh... Auf den Rasen, ein Stück Rasen mitgenommen und so Sachen. Das war einfach geil. Auch die Emotionen. Aber das ganze Gefühl war einfach anders. Es sind... So ziemlich viele sind geblieben nach dem Abstieg. Ähm... Man war in der Saison mit dem Unterkram, die da eigentlich irgendwann in Richtung Europa-League-Kurs sind. Dann verlierst du am Ende noch alles. Und alle so ein bisschen perplex. Wie ist man da jetzt eigentlich gerade abgestiegen in der Saison? Ähm... Mit dem Kader und allem. Was jetzt in der letzten Saison natürlich auch ähnlich ist. Aber ähm... Da bin ich mal, ne? Ja... Wenn wir wirklich aufsteigen, da ist dabei weniger Emotionen dabei sein. Safe. War damals wirklich pure Euphorie. Richtig geil. Junge... Junge Leute. Junge Wilde. Äh... Hannes Wolf. Schindelmeister. Einfach junge Spiele vorne. Auf die man Bock hatte. Platterrott ist nicht so... Nicht so jung. Aber ich meine ja vor allem jetzt in Manet und so Leute. Das war einfach geil. Maxims richtige Identifikationsfiguren. Ginchek. Lengorak und sowas. Und wenn wir jetzt aufsteigen... Ja... Keine Ahnung. Ich finde noch nicht meinen Weg zu dem Kader. Aber es gibt so ein paar Spiele, so ein... So ein, ähm... So ein Endo und Gonzalez und so, die ich echt geil finde. Äh... Silas auch, wenn der sein Potenzial voll ausschöpft. Es gibt wirklich Leute, auf die ich Bock habe, aber irgendwie keine Ahnung. Das ist so ein komisches Gefühl, weil ich glaube, wenn wir aufsteigen, ist es bei mir wirklich eher so ein Ding von... Ja... Gut, wir sind zurück. Diesen Bullshit-Abstieg habt ihr repariert. Jetzt weiter geht's. Da ist nicht irgendwie... Boah, geil, wir sind aufgestiegen. Euphorie, zack, geil. Wie geil ist das denn? Jetzt greift mal voll an. Das ist wirklich eher so, ja. Gut, Jungs. Ihr habt auch einen Job erledigt. Ist doch quasi keine Sau mehr da, von denen die die Scheiße verprockt haben, abgestiegen sind. Aber ihr habt die Scheiße erledigt. Habt euren Abstieg repariert. Trotzdem ist noch kein... Ähm... Ne? Noch kein Hype da oder sowas. Ist einfach nur eine Reparatur von dieser beschissenen Abstiegsaison. Mehr nicht... Weil es nichts Besonderes oder so aufzusteigen. In der Liga, klar, und auch jetzt, weil die Saison über so eng war. Aber auch die Saison hat einfach keinen Spaß gemacht, bisher zu verfolgen. Hat's einfach nicht. Hat keinen großen Spaß gemacht. Das HSV-Spiel war richtig geil zu verfolgen. Es ging ins 3-2. Ich hol's immer wieder. Das Spiel im Pokal hat mir Spaß gemacht gegen Leverkusen. Klar, aus der Spiele waren Auswärtsreisen und so waren auch geil bei. Gab auch geile Heimspiele mit geiler Stimmung. Aber das Gesample der Saison ist einfach wirklich, dass du einfach die Scheiße reparieren musst, dass du abgestiegen bist und aus dieser Rotzliga, ich sag's immer wieder, aus dieser absoluten Rotzliga, aber wieder raus musst und aufsteigen musst. Fertig. Das bist du einfach allen schuldig und musst auch dein Anspruch sein, Erstliga-Fußball zu spielen. Deswegen ist es für mich irgendwie weniger Euphorie als einfach nur das Wissen. Ja, Job erledigt. Abstieg repariert. Weiter geht's. Ja. Und dann würde ich sagen, ist das Ding eigentlich relativ klar, was passieren sollte am nächsten Spieltag. Wir sollten gegen Osnabrück gewinnen. Der HSV spielt am Montag erst gegen Chiel zu Hause. Jetzt bin ich aber auch mal auf den Sieg. Und dann Hannover spielt gegen Heidenheim. Vielleicht kann da Hannover irgendwie Heidenheim ein paar Punkte abnehmen, damit du zumindest maximal auf Platz 3 abrutschen kannst. Aber auch da kann Heidenheim eigentlich locker gewinnen. Hannover ist auch nicht so krass, auch wenn die sich gerade ein bisschen festigen. Gucken wir mal spontan, wo es die in der Rebelle stehen. Ja, Sechster. Nach oben will ich glaube nicht mehr angreifen. Es sind immer noch 10 Punkte, aber die haben sich wieder gefangen. Kocak ja auch für mich kein schlechter Trainer. Ganz im Gegensatz zu Nürnberg. Die sind ja wirklich komplett, komplett schlimm da unten dabei. Wir haben uns Hannover und Nürnberg, die waren am Anfang relativ beide gleich schlecht runter abgefallen, wie die beiden Hannover und Nürnberg. Nürnberg hält sich da unten trotzdem weiter drin. Also echt böse. Da müssen sie echt aufpassen, dass sie sich absteigen. Hannover hat sich langsam wieder gefangen, aber wir haben mit dem Aufstiegskampf nicht mehr viel zu tun. Außer es passiert etwas ganz Wildes. Aber mal gucken, vielleicht können die Heidenheim Punkte abbringen. Aber im Normalfall wird Bielefeld gegen Nürnberg zu Hause. Also im Normalfall gewinnt Bielefeld das Spiel, wir gewinnen das Spiel, Heidenheim gewinnt das Spiel und der HSV gewinnt das Spiel. Dann stehen wir nach dem Spiel, nach dem Spieltag, dass Bielefeld 59 Punkte hat, wir haben 54, der HSV 52 und Heidenheim hat 51 Punkte. Wie spielt Darmstadt in Regensburg? Ja, könnten sie theoretisch auch gewinnen, würde Darmstadt da jetzt mit 47 Punkten dastehen und es würde sich absolut nichts an der Tabelle ändern. Das ist so, gehe ich mal davon aus, dass es so ausgehen wird, dass an dem Spieltag das für jeden eigentlich, ne, das ist für jeden einfach eine Pflichtaufgabe. HSV gewinnt, wir gewinnen. Heidenheim ist noch so ein bisschen anders, weil die gegen Hannover spielen und Hannover so ein bisschen mehr noch zutrauen können, ist das die, schöner Spruch, dass die den Gegnern ein Bein stellen können, als jetzt Kiel dem HSV oder Osnabrück hoffentlich uns und von Nürnberg ganz zu schweigen in Bielefeld, aber auf Bielefeld schaut nur noch so der Vollständigkeit wegen quasi rein, weil die ja eigentlich schon sicher aufgestiegen sind. Dann würde ich sagen, ich suche den Artikel noch raus, bedanke mich fürs Zuhören, könnt wie immer eure Meinung drunter schreiben im YouTube-Video, alle Links wieder drunter, man kennt es, und dann geht es auch schon heute Mittag weiter mit der Stream-Ankündigung, morgen der Trailer und am Sonntag der Stream gegen Osnabrück und bis zum nächsten Mal. Solltag der Stream-Ankündigung Untertitelung des ZDF, 2020